Staatsschulden sind eine unverantwortliche Belastung für die nächste Generation. Ich finde es einfach ungerecht, wenn unsere Kinder und Kindeskinder die Schuldenberge abzahlen müssen, die wir heute verursachen. Wir brauchen endlich Budgetdisziplin in Europa. Es hilft nichts, Regeln aufzustellen, an die sich keiner hält. Genau das aber haben fast alle Länder Europas getan, auch Österreich. Wir NEOS werden uns für Budgetdisziplin in der Europäischen Union einsetzen. Deshalb möchte ich, dass die Staatsschulden der Mitgliedsländer wieder in Richtung 60% des Bruttoinlandsproduktes sinken.